Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Analyse vom VfL Bochum. Wir blicken heute mal auf die Vertragslage beim VfL, denn gleich elf Spieler haben einen auslaufenden Vertrag und damit haben natürlich Lettau und Fabian ordentlich was zu tun. Wir schauen uns jeden einzelnen Spieler an, wie es dort weitergehen wird, wie die Tendenz aussieht, wer könnte bleiben, wer könnte gehen und das eben mal für den kompletten Kader und da könnte natürlich dann einiges an Bewegung reinkommen. Bochum ist ja aktuell in der Bundesliga im Tabellmittelfeld dabei. Man hat schon jetzt neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, zehn Punkte auf Platz 17 und ich gehe stark davon aus, dass man beste Chancen hat, in der Liga zu bleiben. Das wiederum wäre natürlich auch die Chance, den Kader weiter zu verbessern und auch das ist ein wichtiges Thema manchen Entscheidungen, mit welchen Spielern man verlängern will, mit welchen nicht und wo es vielleicht aber auch schwierig wird, Spieler zu halten. Wir blicken somit auf die Frage, wer kann Bochum am Saisonende ablösefrei verlassen. Unzufrieden beim VfL Bochum, trotz der generell guten sportlichen Situationen in seiner persönlichen Lage, dürfte auf jeden Fall Philipp Förster sein. Hier haben wir somit den ersten Spieler mit auslaufendem Vertrag, den wir hier mal in den Blick nehmen. Im ersten Jahr beim VfL war der 29-Jährige ein wirklich wichtiger Bestandteil der Mannschaft, vor allem durch seine Standardstärke, aber auch generell durch seine Torvorbereitungen, war er einfach wichtig. Zu Beginn der Saison hatte Förster allerdings Trainingsrückstand nach einer Verletzung und auch das war der erste Punkt in der Spielzeit, der schon schwierig war für Philipp Förster. Denn seitdem konnte er sich nicht mehr zurückkämpfen in die Mannschaft. Förster hat in der Bundesliga zehnmal gespielt, er konnte keinen Scorer-Punkt sammeln und vor allem stand er gerade mal zweimal in der Startelf und das ist natürlich deutlich zu wenig. Die Konkurrenz auf seiner Position ist größer geworden, auch das ist eben ein wichtiges Thema. Bochum konnte den Kader in der Breite deutlich verbessern und deswegen werden sich meiner Meinung nach im Sommer die Wege trennen. Alles andere wäre dann doch schon sehr überraschend. Zu Beginn der Saison hatte ja auch Christopher Antwiadze noch so seine Probleme. Es wurde auch so, wie mit Dreierkette zu spielen, meistens auch eher ohne Flügelspieler. Antwiadze musste dadurch auch erstmal seine Rolle so ein bisschen finden. Mittlerweile ist der ehemalige Paderborner wieder ganz klar gesetzt, kommen auf 20 Spiele, ein Tor und zwei Vorlagen und seit dem 15. Spieltag bis auf eine Ausnahme stand er auch immer in der Startaufstellung. Bochum möchte auch deswegen seinen Vertrag gerne verlängern. Im Herbst gab es mal einen Medienbericht, wo gesagt wurde, das wäre nur noch Formsache, aber seitdem sind eben auch schon ein paar Monate vergangen und fix ist die ganze Geschichte noch nicht. Ich bin mir persönlich aber sehr sicher, dass Gespräche und natürlich auch Verhandlungen geführt werden, auch schon geführt worden sind und ich gehe auch stark davon aus, dass man sich hier einigen kann. Die Tendenz geht hier somit schon auch ganz klar Richtung Verbleib. Am letzten Tag der Sommertransferperiode hat man ja sich einen neuen Stürmer holen können, einen weiteren Stürmer holen können mit Gonzalo Paciencia. Der Ex-Frankfurter sollte im Vergleich zu Brozinski und Hofmann nochmal andere Komponenten mit reinbringen. Das hat teilweise geklappt, teilweise aber auch nicht. In 13 Spielen kommt der Portugiese auf drei Tore. Die letzten drei Male saß Paciencia aber immer jeweils 90 Minuten auf der Bank. Mittlerweile ist ja Moritz Brozinski im Sturmzentrum gesetzt, der es die letzten Wochen echt gut gemacht hat. Philipp Hofmann aber natürlich auch noch, der dann nochmal ja dieser klassische Stoßstürmer ist und deswegen muss sich Paciencia aktuell hinten anstellen. Sein Leihvertrag endet im Sommer, auch Leihspieler gehören logischerweise hier ins Video mit hinein und es gibt wohl auch generell keine Kaufoptionen. Unabhängig davon, also selbst wenn man Paciencia günstig kaufen könnte, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das passiert. Also ich glaube, dass kein Interesse an einer längeren Zusammenarbeit besteht. Das war eine gute Lösung für diese eine Saison jetzt, um in der Kaderbreite noch einen weiteren Stürmer zu haben. Aber ich denke mal, dort wird man sich im Sommer nochmal anders aufstellen wollen. Hinter Manuel Riemann hat sich ja auf der Torhüterposition im Winter ein bisschen was verändert. Andreas Lute ist vom 1. FC Kaiserslautern zurückgekehrt. Nach der Verletzung von Michael Esser wollte man ja unbedingt in der Riemann und Tide noch was machen und ich finde, dass die Lösung mit Lute nahezu die beste ist, die man dort hätte erzielen können. Von 2001 bis 2016 stand der 36-Jährige bereits beim VfL zwischen den Pfosten. Er kennt den Klub, kommt aus der Umgebung und vor allem auch kennt er seine Rolle und hilft damit natürlich auch jetzt mit seiner Erfahrung. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass Andreas Lute als Nummer 3 auch über den Sommer hinaus an Bord bleiben wird. Man will natürlich dort erstmal abwarten, wie sich generell die Torwart-Situation so entwickelt. Aber ich glaube schon, dass der generelle Plan ist im Bochum mit Andreas Lute mittelfristig zusammenarbeiten zu können. Erstmal als Spieler und dann sicherlich auch in einer Mitarbeiterrolle. Aber die Zukunft von Andreas Lute hängt meiner Meinung nach auch stark mit der Zukunft von Michael Esser zusammen. Auch hier haben wir einen 36-jährigen Torwart, damit einen sehr erfahrenen Keeper und auch hier jemanden aus der Bochumer Jugendabteilung. Denn dass beide erfahrene Keeper hinter Riemann und Tide bleiben, kann ich mir persönlich nicht so wirklich vorstellen. Das wäre zwar ein Szenario, was auch möglich ist, das schätze ich aber eher unrealistisch ein. Michael Esser hat vor ein paar Wochen im Interview gesagt, dass er schon auch ganz gerne bleiben möchte, aber auch nicht weiß, wie gut er seine schwere Knieverletzung übersteht. Und diese könnte eben dann auch der ganzen Geschichte einen Strich durch die Rechnung machen. Es ist wohl auch eine Option, dass Esser seine Karriere beendet und dann als Torwarttrainer beim VfL einsteigen wird. Und dann wiederum macht es eben auch Sinn, Andreas Lute zu halten. Also die beiden Personalien hängen so ein bisschen zusammen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass beide bleiben. Realistisch gesehen, auch durch die Aussagen von Esser, denke ich, dass er aufhören wird. Er macht dann den Torwarttrainer und Andreas Lute bleibt als Nummer 3. Noch ohne Profi-Einsatz in der aktuellen Saison ist Moritz Römmling. Auch sein Vertrag läuft aus. Römmling ist in Witten geboren, stammt somit aus dem Ruhrgebiet. Durch lief seit 2014 die Jugendabteilung beim VfL. Im Profibereich ist ihm der Durchbruch allerdings noch nicht so richtig gelungen. Auch die Ausleihen zu Tökütsche München und Rot-Weiß Essen in Liga 3 konnten dabei nicht so wirklich helfen. Und auch verletzungsbedingt kommt der 22 in der aktuellen Saison nicht in Tritt. Und so erscheint eine Vertragsverlängerung nahezu unmöglich zu sein. Alles andere wäre dann doch schon überraschend. In der Innenverteidigung ist Kevin Stotterbeck ja mittlerweile wieder ganz klar gesetzt, dass Lettau und Fabian die Leihgabe vom SC Freiburg langfristig halten wollen, sollte damit auch durchaus klar sein. Bereits nach der Ausleihe in der vergangenen Rückrunde wollte man den 26-Jährigen ja sehr, sehr gerne kaufen. Mit Freiburg konnte man sich dort allerdings nicht einigen. Am Ende gab es dann zumindest die erneute Laie, auch diesmal ohne Kaufoption. Stotterbeck hat ja auch zuletzt wirklich starke Leistungen gezeigt, vor allem auch gegen die Bayern ein richtig starkes Spiel absolviert. Und es bleibt wohl auch dabei, dass Freiburg ab dem Sommer keine große Verwendung für ihn haben wird. Problem ist und bleibt aber hier die mögliche Ablösesumme. Da muss man sicherlich nochmal die Verhandlungen abwarten, in welche Richtung das gehen wird. Und vor allem in Freiburg ist nahezu unmöglich, das wird eigentlich nicht passieren. Bochum möchte ihn, Stotterbeck möchte das auch ganz gerne. Aber am Ende muss man eben auch gucken, wie hoch die Ablöse sein wird. Ein weiterer Innenverteidiger mit auslaufendem Vertrag ist Ivan Ordez. Der Ukrainer spielt ja aufgrund der FIFA-Sonderregelungen sein zweites Jahr in Bochum. Er ist ja zwei Jahre jetzt ablösefrei da, offiziell als Laie. Sein Vertrag in Russland läuft aber auch am Saisonende aus. Das bedeutet, dass Bochum Ordez auch dann endgültig ablösefrei verpflichten kann. Auch deswegen hat man sich im letzten Sommer mit Ordez darauf geeinigt, eine Zwei-Jahres-Vertragsoption mit aufzunehmen. Das heißt, wenn man den Vertrag verlängern möchte, wenn Bochum das will, dann wird sich dieser automatisch um zwei Jahre verlängern. Und ich denke mal, durch seine Wichtigkeit, durch seine guten Spiele, durch seine Erfahrung würde es auch überraschen, wenn das nicht passiert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Ivan Ordez ab dem 1. Juli endgültig Bochumer sein wird. Einer, der mit seiner aktuellen Rolle nicht zufrieden sein kann, ist Danilo Soares. Seitdem der Brasilianer 2017 von der TSG Hoffenheim gekommen ist, war er immer gesetzt. Auch wenn er mal vielleicht verletzt war oder mal gesperrt war. Er kam zurück, war wieder der Stamm-Links-Verteidiger. Aber daran hat sich ein bisschen was verändert in der aktuellen Saison. Mit Maximilian Wittek wurde ein Ex-Spieler von Thomas Lettsch für die linke Schiene geholt. Für das System mit Dreierkette. Mit Bernardo hat man einen kompletten Verteidiger bekommen, der perfekt ist für die linke Seite in der Viererkette. Und das ist natürlich schon enorme Konkurrenz. Beide stehen in der Hierarchie vor Soares. Und für den ist das natürlich keine einfache Situation. Ernst hat dazu geäußert im Interview und gesagt, dass er natürlich nicht zufrieden ist mit seiner Rolle. Wenn aber gebraucht wird, hat auch der Trainer gesagt, dann ist er da. Er will jetzt auch nicht meckern. Er will sich reinhauen. Aber natürlich ist auch das für ihn ungewohnt. Eine Rückkehr nach Brasilien steht wohlmöglich auch im Raum. Ein Abgang aus Bochum, auch wenn der VfL laut seinen Aussagen sein erster Ansprechpartner bleibt, ist deswegen auch sehr wahrscheinlich. Spannend wird es in Sachen Vertragsverlängerung vor allem, finde ich, hier auch bei Kevin Stöger. Der 30-Jährige spielt eine tolle Bundesliga-Saison mit 5 Toren und 6 Vorlagen in 20 Spielen hat da einen wirklich großen Anteil an dieser sehr, sehr ruhigen und konstant guten Spielzeit. Vor allem, seine Pässe sind überragend. Stöger macht einfach Spaß. Ich liebe ihn einfach als Spielertypen. Hätte nicht gedacht, dass er sich nochmal so in der Bundesliga durchsetzen kann. Aber damit weckt er natürlich auch Interesse. Sein Fokus liegt aber erstmal auf dem Klassenerhalt mit dem VfL Bochum. Sogar eine EM-Teilnahme mit Österreich ist möglich. Eine Verlängerung wird allerdings auch nicht einfach. Stöger weiß natürlich, was er im VfL hat und dass das System auch perfekt zu ihm passt. Das kann aber eben auch sein, dass er jetzt nochmal mit seinen 30 Jahren einen anderen Schritt gehen will, wenn vielleicht andere Bundesligisten, generell andere Erstligisten Interesse zeigen. Es gibt dort aktuell noch keine konkreten Gerüchte. Klar ist aber, Lettau und Fabian haben hier eine ordentliche Aufgabe vor sich. Ähnlich schwierig wird es auch beim Elfenspieler sein mit einem auslaufenden Vertrag. Und das ist Takuma Asano. Wobei dort die Tendenz laut Medienberichten dann doch schon eher Richtung Abgang geht. Der Japaner spielt mit sechs Toren in den 18 Bundesligaspielen eine starke Saison. Auch deswegen gibt es Interesse von anderen Vereinen, unter anderem Borussia Mönchengladbach. Und vor allem NRW, Nähe Düsseldorf, ist natürlich für Japaner, für Asiaten immer wieder sehr interessant, weil dort ja wirklich viele leben. Das heißt, wenn du in Bochum spielst und vielleicht in der Nähe von Düsseldorf dann wohnst, passt das. Wenn aber eben auch dann ein anderer Verein kommt wie Gladbach, der diese Nähe auch bieten kann, ist das, finde ich, immer ganz interessant bei solchen Spielern, dass das natürlich auch ein Faktor sein kann. Asano will nämlich auch rein finanziell nach vorne kommen. Er will wohl zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro pro Saison verdienen. Bochum wird sich logischerweise auch strecken in den Verhandlungen. Und dennoch hat man natürlich auch hier noch eine Chance. Also es gab ja Medienberichte, die gesagt haben, Verhandlungen sind gescheitert, Asano wird sicher gehen. Soweit sind wir noch nicht. Aber klar ist auch, eine mögliche Vertragsverlängerung ist alles andere als ein Selbstläufer. Insgesamt kann ich mir eher vorstellen, dass es hier nach Abgang aussehen wird. Und damit kommen wir auch jetzt nochmal zur Übersicht. Verbleib ja oder nein? Wer könnte in Bochum bleiben? Wer könnte gehen und wo? Ist die ganze Sachlage noch nicht ganz so klar? Erstmal ist es natürlich logisch, dass wenn du elf auslaufende Verträge hast, dass nicht jeder bleibt, aber eben auch nicht jeder geht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass an VRJ bleiben wird, dass einer von Lute und Esser bleibt und auch Ivan Ordez. Bei Schotterbeck sehe ich auch die Tendenz eher Richtung Verbleib. Bei Kevin Stülger finde ich, ist es ganz, ganz schwer einzuschätzen. Förster und Paciencia spielen nicht die allzu großen Rollen, ähnlich wie Römmling und Suárez. Während das Abgänge aus der Kaderbreite, die auf jeden Fall zu akzeptieren sind und zu machen sind, Asano wäre natürlich vor allem ablösefrei schon bitter. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch generell eine Chance, den Kader dann weiter zu verbessern und den nächsten Schritt zu gehen. Und es wird wirklich spannend sein, wie Bochum sich weiterentwickelt, den erneuten Klassenhalt nutzen wird und hier eben auch dann Entscheidungen treffen muss. Ich bin sehr gespannt, was dort los sein wird, was auch eure Meinung ist, denn was denkt ihr? Mit welchen Spielern sollte Bochum verlängern, mit welchen möglicherweise auch nicht? Und dann könnt ihr auch mal gerne weitere Vereine für das Hormat-Vertragsende 2024 in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Und dann sehen wir uns im nächsten Video.